Die Firma BOVA Stahlprofil ist ihr kompetenter Partner für Stahlbordwände und Profile. Das innovative Unternehmen in Plattling hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sonderprofilen sowie lasergeschweißten Stahlbordwänden für Nutz- und landwirtschaftliche Fahrzeuge spezialisiert und begeistert damit Kunden aus ganz Europa. Peter Grubinski und sein qualifiziertes Team erfüllen dank moderner Profilieranlage und professioneller Konstruktions- und Simulationssoftware jegliche Aufträge höchst präzise. Hier erhalten sie alles aus einer Hand und profitieren zudem von sehr engen Fertigungstoleranzen, die im Bereich von wenigen Millimetern liegen. Der Maschinenpark auf dem neuesten Stand der Technik sorgt für beste Ergebnisse. Zahlreiche Fahrzeughersteller schätzen das perfekte Zusammenspiel von langjähriger Erfahrung, Professionalität und höchster Qualität. BOVA Stahlprofil – laserverschweißte Stahlbordwände nach Maß.